Benitikokuryu Otsumi Ikarashi 67 cm frischer Gosei weiblich der wird groß der kann 80 schaffen das ist ein gutes maß nächstes jahr geht er über 70 also 75 bis 80 sehr sehr schöner fisch qualitativ sehr gut der ist noch nicht fertig der gehört mal die Sonne mal gucken vielleicht kann man einen früheren die Außenhälterung mit setzen sehr guter toll